Hallo Meinungen, weiter geht's. Wieder im Innenhof vom Museumscafé in Regensburg. Wunderschön hier der Ort, ich sage bewusst nicht Location, der Ort. Neben mir sitzt der Uwe Kranz, ja vielen schon bekannt, der ehemalige LKA-Präsident von Thüringen und ein maßgeblicher Gestalter von Europol. Wir sitzen hier zusammen, um Dinge zu besprechen, die da heißen verstärkte Tätigkeiten in Niederbayern. Uwe, schön, dass wir uns mal physisch kennenlernen in den Corona-Zeiten. Mit Kamera ging das ja schon. Mit Kamera ging das schon wunderbar. Uwe, du bist nur ein Mensch mit einem wahnsinnigen Fundus und es freut mich sehr. Und ich darf dir sagen, wir haben unzählige Zuschriften erhalten, dass die Menschen sagen, mit deinem Wissensfundus, dass du uns unterstützt im Bereich Thema innere Sicherheit, internationaler Terrorismus, Geldwäsche, aber auch mit deinem Fundus über das Zusammenwirken der Behörden, wie das so funktioniert. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich bin gerne dabei für eine tolle Sache. Ich finde das, was du da aufgebaut hast, ja exzeptionell, muss ich wirklich sagen, weil hier baut sich eine neue Ebene auf, einer APO, einer außerparlamentarischen Opposition, die die Dinge benennt, die benannt werden müssen, aber in unserer Medienlandschaft nicht mehr vorkommen. Und genau das ist der Punkt, dass hier die Finger in die Wunden gelegt werden. Das muss sein und da bin ich also bei dir. Da unterstütze ich auch gerne. Das ist schön zu wissen und das gibt uns auch die Stärke und den Wind unter den Flügeln. Und Uwe, jetzt haben wir ja viele Menschen, die ja ebenfalls in Amt und Würden waren, die ja eine Menge zu berichten haben. Denn ich meine, man kann ja nicht verhehlen, im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, nicht bloß unter Merkel-Zeit, haben sich ja verschiedene Strukturen herausgebildet, die ja doch ein hohes Maß an Komfort entwickelt haben. Und Komfort bedeutet, da sagen wir, ich bin in der Position, da kenne ich den, ich habe den da hingesetzt. Also die sagen jetzt, ich fühle mich in Sicherheit. Man hat sich eingerichtet. Man hat sich eingerichtet. Uwe, mich würde es freuen, wenn du mal an ehemalige Mitstreiter, Menschen, die vielleicht noch in Amt und Würden sind, die nicht so zufrieden sind, wenn sie sich unserer Vereinigung, unserer Hallo-Meinung anschließen würden. Denn wir alle haben was zu berichten und wir können nur etwas verändern, wenn die Menschen mitmachen. Ich würde mich gerne bemühen. Mit leichter Zusage, es ist immer so gewesen, nach der Pensionierung werden plötzlich viele wieder ganz anders eingestellt sein als vorher. Solange die Karriere noch gefährdet ist, werden viele schweigen, da bin ich mir sicher. Aber ich weiß auch, dass es in der Polizei brodelt, dass die Leute unzufrieden sind mit den politischen Vorgaben, dass die Leute unzufrieden sind mit dem, was sie machen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen zum Beispiel, dass die Beamten glücklich waren, die diese Familie, die einen Besuch auf den Friedhof gemacht hat, mit 1000 Euro Geldstrafe belegen musste, weil die Vorgaben angeblich so sind, wie sie sind. Also das sind Sachen, da muss ein Polizeibeamter nicht unbedingt den Buchstaben des Gesetzes befolgen bis zum TZ. Da muss auch ein Ermessen möglich sein, dass ein gewisses Maß an Humanität noch hat und ein gewisses Maß an Normalität und ein gewisses Maß an Verstand. Ich glaube, solche Beamten gibt es so auch, die vielleicht auch was zu sagen hätten. Und das wäre schön, wenn wir die finden könnten und auch dazu bringen könnten, hier vor der Kamera was zu sagen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen, wäre schön. Das heißt also, wenn ihr noch im Dienst seid, wenn ihr irgendwas zu berichten habt, seid dabei. Auch anonym. Auch anonym. Wir behandeln selbstverständlich solche Sachen. Wir bekommen am Tag 1000 Mails und wir berücksichtigen natürlich jede Art von Diskretion und das wird auch sichergestellt, dass das nicht rauswandert. Und auch jetzt hier mal ans BMI, da gab es ja dieses bewusste Schreiben auch darüber, muss doch Berichtenswertes ans Tageslicht kommen. Also ich sage herzlichen Dank, sei dabei, aber ihr seht aus der Graswurzelbewegung, es ist nicht nur Gras, sondern die Pflanze nimmt eine schöne Form an und wir werden wachsen. Das heißt also, zum einen werden wir dafür sorgen, dass genügend Wasser kommt und auch genügend Sonnenlicht, dass wir wachsen. Uwe, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Dankeschön. Danke. Wir waschen danach die Hände. Wir desinfizieren uns. Nicht, dass wir Anzeigen kriegen. Danke. Danke. Wir hari runden. Kyi singen. Diese Hände werden architectischen Hände город. Dannen Sie dort schавать. Herzlichen Dankigkeit! Vielen Dank.